Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Sticks von Chris Biss im Test und es sind Sticks, richtig, mit Gouda. Auf den ersten Blick denkt man, ach das sind bestimmt so Waffelröllchen mit Vanillecreme, aber auf den zweiten Blick sieht man, es ist mit Gouda. Und die hat mir eine sehr liebenswerte Arbeitskollegin mitgebracht. Vielen lieben Dank, Carla. An der Stelle nochmal ganz liebe Grüße gehen raus hier an die Ostsee. Heute komme ich endlich dazu, diese Sticks zu testen. Die liegen schon ein paar Wochen bei mir auf der Couch und warten darauf, gegessen zu werden. Ich habe mir extra viel Zeit gelassen, weil ich hier habe gesehen. Geil, die sind noch bis zum Ende des Jahres haltbar. Hier bis zum 3.12.2021. Immer sehr entspannt für mich, da weiß ich, kann man noch viel Zeit lassen mit dem Testen. Denn es ist ein Produkt, ich habe auch ein bisschen gegoogelt, es ist ein Hersteller, der macht alles Schweinereien mit Käse. Also irgendwie so Snacks mit Käse. Richtig geil. Das gab es mal bei Lidl im Angebot, vielleicht gibt es das auch noch bei Lidl. Kostet um die 1,30 Euro. Ansonsten, wenn wir gleich zusammen diese Sticks testen und die schmecken richtig geil, habt ihr die Gewissheit, man kann sie auf jeden Fall, auch wenn man sie googelt, im Internet bestellen. Das ist ganz gut. 60 Gramm sind hier drin, um die 1,42 Euro habe ich gesehen. Und mal schauen, wie sie schmecken. Von den Zutaten sah das sehr gut aus. Und jetzt will ich einfach nur in diese Käseröllchen beißen, ihr Lieben. Und mal schauen, vielleicht machen wir auch noch eine Großaufnahme. Ja, die machen wir, oder? Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob ihr die Marke kennt. Ah, so sind die eingepackt, nochmal in so einer einzelnen Folie. Ich hätte jetzt gedacht, dass die so, äh, was hätte ich denn eigentlich gedacht? Erwartet. Irgendwie anders. So vielleicht wie so Erfrischungsstätchen so. Oh. Aber, wie gesagt, zum Glück noch einmal eingepackt und dann hier in dieser Folie und nicht noch mehr Plastik. Und ich muss mal meine Nase reinstecken. Das riecht mal ordentlich nach Käse, das kann ich euch sagen. Das ist ja krass. Hier wurde nichts mit Käse. Geht geil. So. Let's try. Schaut mal, so sind die aus. So ein bisschen wie Brotsticks. Ganz viel weicher als Brotsticks. Ein Hauch. Der Käse ist so ganz soft, ein bisschen pulverig irgendwie, ganz cremig, weich. Es ist total von der Konsistenz her, so wie die Eiswaffel. Oh mein Gott, und schaut mal, wie cool sitzen die denn hier in einer Reihe, sag mal. Ich muss mal direkt in die Großaufnahme gehen. Aber ich sage euch, das schmeckt wie diese, damals wie dieses 10-Cent-Eiswaffel, die man ja als Kind hatte, wo nur eine Kugel Eis reinkam. Kennt ihr die? Genauso geil schmeckt diese Waffel. Und ich habe diese Waffel geliebt. Crispy Sticks mit Gouda-Geschmack. Hier auf der Verpackung und hier in Großaufnahme. Und ihr könnt es sehen, das ist so eine richtig knusprige, geile Waffel. Und ihr könnt die Käsefüllung sehen. Und ich bin echt ganz aus dem Häuschen, weil es ist richtig schön käsig, aromatisch. Schauen wir mal ganz groß und nah, gehen wir hier ran. Hammer, oder? So ein geiles Käsearoma, hätte ich echt nicht erwartet. Boah. Richtig intensiv käsig. Stellt euch vor, diese knusperdünne Eiswaffel gefüllt mit Käse. Alter Falters ist sensationell geil. Für Käse- und Gouda-Freunde da draußen ein Muss. Habt ihr die schon probiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns unsere Erfahrungen austauschen hier. Ich finde, diese Sticks haben viel zu lange nicht geöffnet auf meiner Couch gelegen. Aber jetzt hab ich es endlich probiert. Und das kann ich echt nur empfehlen. Wirklich. Wow. Ich muss die ganz schnell wegpacken. Weil die kann man echt, diese ganze Packung, die hab ich auch selten. Aber die würde ich am liebsten jetzt komplett aufessen. Und ich kann sie nur ganz umständlich verstauen, dass meine Finger da nicht so leicht rankommen. Das sind so Tricks vom Guru hier, damit ich nicht alles immer aufesse. Mega lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10. Geil. Meine Güte. Ich geb den kurz vor der 10. Aber ich will noch wissen, was die sonst noch für Käseprodukte machen bei Crispis. Ich geb den erstmal 9 Punkte. Das war eine käsehafte, geile Erfahrung. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Tschüss.